Servus und herzlich willkommen zu einem kurzen Infovideo. Ja, ganz kurz. Gestern war ja Samstag, der 26.10. Und ja, wie es ja von euch auch ein paar mitbekommen haben, ich wollte ja da eigentlich auf der nordfriesischen Marsch starten, im Livestream gestern Abend halt. Und zum Livestream bin ich gestern leider nicht mehr gekommen, beziehungsweise da auch eben nicht zum Starten, weil es war nämlich so, ich bin um halb elf erst an den Laptop gekommen, beziehungsweise dazu gekommen, hier jetzt was zu machen auf YouTube. Und dann wollte ich den Stream starten. Dann hat der Stream nicht so funktioniert. Da ist der immer unterbrochen worden. Dann wollte ich, dann hatte, dann war es eben so, dass die Leute, die mitspielen wollten, die hatten die Map noch nicht. Und dann musste ich da, dann haben wir gesagt, ja, dann machen wir das halt eben nicht, weil alleine dann auf die Map gehen ist dann auch blöd. Und weil es halt eben ein Multiplayer-Projekt werden sollte. Und ja, und dann war es halt so, dann haben wir gesagt, ja gut, dann spielen wir auf der Geiselsberg im Multiplayer, weil da halt eben jemand einen Server hatte, beziehungsweise halt einen Spielstand. Und dann haben wir gesagt, ja, dann spielen wir halt da ein bisschen. Also bin ich auf den Server gegangen, dann hat es dauernd nicht funktioniert. Dann hat es entweder dauernd gelegt oder bin vom Server geflogen oder irgend sowas. Also hat dann irgendwie das ganze WLAN irgendwie gesponnen gestern. Und dann ist der Stream dann auch irgendwie weg gewesen. Und dann habe ich den Stream beendet und habe die Aufnahme weitergemacht. Aber das ist dann auch nicht besser geworden. Dann ist mich dauernd vom Server runtergehauen und so weiter und so fort. Also ich denke mal, ihr versteht, was ich meine eben. Da war wahrscheinlich dann das WLAN überlastet. Ich habe nebenbei auch noch ein Video hochgeladen gehabt. Aber das war halt einfach wahrscheinlich ein bisschen zu viel fürs Internet. Und ja, und jetzt ist es halt eben so. Also das will ich jetzt einfach nochmal erklären, warum da jetzt eben nichts kam. Direkt entschuldigen will ich mich jetzt da eigentlich nicht, weil ich wüsste jetzt nicht, für was ich mich entschuldigen sollte. Klar, ich habe das angekündigt. Ähm, und es kam nicht so. Aber, ähm, ja, es tut mir auch leid. Aber wenn dann die Technik halt nicht mitmacht, dann ist das halt einfach so, ne? Dann kann ich nichts, kann ich nichts machen dagegen. Und ich kann ja auch nicht zaubern. Und dass es dann auf einmal alles geht. Ähm, und das, klar, den Upload vom Video hätte ich auch abbrechen können. Aber dann dauert es wieder so lange, bis das dann hochgeladen wird. Kommt dann das Video noch später. Und, ja, das wäre ja auch blöd. Und, ähm, ja, also, es ist halt einfach, ich wollte es euch halt einfach nochmal erklären jetzt halt. Und, ähm, abschließend gibt es noch zu sagen, es, äh, wird kommen, das Projekt auf jeden Fall. Es ist nur die Frage, wann. Ich muss halt jetzt schauen. Nächstes Wochenende dann vielleicht, ähm, müssen wir gucken. Ähm, genau. Also, muss ich dann nächste Woche nochmal versuchen. Vielleicht, das muss man es dann machen. Beziehungsweise nächste Woche Samstag geht es bei mir nicht. Aber nächste Woche, ähm, Freitag vielleicht. Mal schauen. Können wir da vielleicht auch starten. Das sehen wir dann. Das müsst ihr halt dann, ja, müsst ihr halt schauen. Ich kann es leider auch nicht ankündigen, weil es ist halt immer so eine Sache, ne, bis dann das alles funktioniert und so weiter. Ähm, aber ich werde nächste Woche Freitag bestimmt wieder live sein, ab 20 Uhr. Und dann schauen wir mal. Genau. Gut. Ähm, das wollte ich einfach nur mal an der Stelle sagen. Ähm, kurzes Infovideo einfach. Und damit sich jetzt da sich keiner wundert. Und, also, es wird auf jeden Fall noch kommen. Ähm, Server ist, wie gesagt, schon vorbereitet, alles. Der Spielstand. Und, ähm, Leute wollen auch, also, ich habe auch Leute, die mitspielen wollen. Nur, wir müssen halt gucken, dass das alles von der Technik her funktioniert. Und, genau. Da gab es halt gestern eben ein paar Probleme. Und jetzt, ja, jetzt schauen wir alle mal, dass das dann funktioniert. Müssen wir nächste Woche versuchen nochmal. Genau. Ja, dann, ähm, war es das eigentlich auch schon mit dem Infovideo. Ich hoffe, ähm, ja, ja, ich hoffe, ihr freut euch trotzdem noch drauf. Und, ähm, ja, auf jeden Fall wird es kommen. Und, ja, ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Sonntag oder beziehungsweise einen schönen Tag. Und, ja, eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Video. Äh, ja, lasst ein Like da rein, wenn es euch gefallen hat. Und, ja, könnt ihr mir ja auch gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr darauf jetzt, ähm, reagiert, beziehungsweise, was jetzt eure Meinung dazu ist, beziehungsweise, was ihr jetzt so dazu, davon haltet, ob ihr jetzt böse seid oder nicht. Ich hoffe, ihr seid nicht böse. Ähm, wie gesagt, das wird auch noch kommen. Und, ja, dann wünsche ich euch jetzt noch einen, ja, schönen Tag und eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao. Servus.